Guten Abend, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie jetzt bei uns eingeschaltet haben. Die Gewinnzahlen sind eben gerade zu uns hier ins Studio übermittelt worden. Schauen wir auch gleich an. Es warten zwei Jackpots darauf, möglichst von Ihnen höchstpersönlich geknackt zu werden. Und der erste Jackpot, der wartet beim Spiel 77. Und da geht es um drei Millionen, wenn es genau diese sieben richtigen sind. Wir schauen mal. Die 9598462, das ist die Gewinnzahl im Spiel 77. Die Zahl der Glücksspirale sehen Sie immer hier eingeblendet. Und wir schauen direkt auf die Super 6. Die lautet heute 193417. Manche geben ja vor dem Urlaub schnell noch einen Mehrwochenschein ab, damit sie während dem Urlaub vielleicht hoffentlich ganz geräuschlos den Jackpot knacken. Schöne Vorstellung, man kommt aus dem Urlaub zurück und hat einfach mal so gewonnen. Das sind die Gewinnzahlen, mit denen man heute gewinnt. Ein Jackpot wartet auch noch. Die 2, die 15 und die 31 sind gezogen worden. Die 37, die 40 und die 41. Und die 4 Millionen, also der zweite Jackpot des Abends, den knackt man, wenn die Superzahl passt. Und das ist heute die 3. Soweit von uns. Schönes Wochenende. Tschüss.